Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf den Blackout in Zentralasien. Ein gigantischer Stromausfall legte großflächig die Versorgung in Kasachstan, Kirgizistan sowie in mehreren Regionen Usbekistans lahm. Auch in Deutschland ereignete sich erst kürzlich ein größerer Stromausfall, betroffen war diesmal das Münchberger Land. Der Blackout in Asien oder auch der Stromausfall kürzlich im Münchberger Land zeigt nicht nur wie. Nach dem Bund-Länder-Treffen am Montag, zur Besprechung der aktuellen Lage und dem weiteren Vorgehen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, forderte der Handelsverband Deutschland in einer Pressemitteilung zur Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel auf. Die 2G-Regel sei im Handel nicht notwendig, da die anderen Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und Hygienemaßnahmen treffen, genügend schützen. Zudem leiden viele Händler durch die 2G-Regel unter massiven Umsatzverlusten. Schon Ende letzten Jahres betonte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genters Deutschland anders als im Jahr 2020 nicht offiziell im Lockdown war, für viele Händler und Gastronomen fühlt es sich aber weiterhin so an. Die erneuten verschärften Einschränkungen haben auch das Weihnachtsgeschäft im Handel massiv beeinflusst, auf das viele Händler ihre Hoffnung gesetzt hatten. In der Regel machen Einzelhandelsunternehmen ein Viertel bis die Hälfte des Jahresumsatzes in der Zeit von Mitte November bis Heiligabend. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent sagte zur Aufhebung der Maßnahmen hierzu. Zitat Wir alle wollen diese Pandemie erfolgreich und schnell bekämpfen. Daran hat der Einzelhandel als einer der am schwersten von Lockdowns und anderen Maßnahmen getroffenen Branchen ein vitales Interesse. Doch die 2G-Regelung beim Einkauf ist eben keine geeignete und notwendige Maßnahme auf diesem Weg. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Der HDE begründet seine Forderung unter anderem damit, dass geöffnete Lebensmittelgeschäfte verdeutlichen, dass Geschäfte kein Hotspot sind. Aus diesem Grund sei es nicht nachvollziehbar, warum täglich 40 Millionen Kundenkontakte im Lebensmittelbereich ohne größere Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen stattfinden könnten, während die 10 Millionen Kundenkontakte des restlichen Einzelhandels problematisiert würden. Zudem zeigen die Bundesländer Niedersachsen, Bayern und Saarland, in denen bereits durch Gerichte die 2G-Regel aufgehoben wurde, dass die Infektionszahlen auch ohne 2G nicht massiv ansteigen. Aus diesem Grund erwarte Gent von der Politik den Mut, Erfahrungswerte sowie Fakten anzuerkennen und eine schlechte Regelung auch wieder zurückzunehmen. Zudem beklagt der Handelsverband, dass die Händler mit den Folgen der Pandemie und der Corona-Maßnahmen alleingelassen würden. Der Einzelhandelsverband schrieb hierzu. Zitat. Die Kontrollen der 2G-Regeln kosten nicht nur Geld, sondern überfordern das Personal. Immer wieder kommt es zu Pöbeleien, der Androhung von Gewalt oder sogar mehr, so Gent. Der Staat könne und dürfe diese hoheitlichen Aufgaben nicht einfach an die Privatwirtschaft delegieren. 2G im Handel führt zudem teilweise zu massiven Umsatzeinbrüchen. Deshalb fordert der HDE die Anpassung der staatlichen Corona-Hilfen, beispielsweise solle die Hürde für die Beantragung der Überbrückungshilfe deutlich abgesenkt werden. Derzeit müssen Unternehmen mindestens 30 Prozent Umsatzverlust nachweisen, um die Unterstützung zu bekommen. Bei einem so hohen Verlust ist es für viele Händler längst zu spät. Da muss früher Hilfe kommen, so Gent. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Schon vor dem Bund-Länder-Treffen schrieb HDE-Präsident Josef St. Johanser einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, in dem er betonte, dass es an der Zeit sei, die Zugangsbeschränkungen im Handel auch bundesweit auf den Prüfstand zu stellen. Zitat. Wir bitten Sie daher, sich im Zuge der Bund-Länder-Abstimmungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz kommenden Montag dafür einzusetzen, die strikten 2G-Zugangsbeschränkungen für den Einzelhandel mit Gütern außerhalb des täglichen Bedarfs aufzuheben, mindestens aber in Form von Stichprobenkontrollen an der Kasse zu vereinfachen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Ein Tag nach der Pressemitteilung des Handelsverbands kippte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof ebenfalls die 2G-Regel. Neben der 2G-Regelung an Hochschulen wird ab sofort auch die 2G-Regelung im Einzelhandel außer Kraft gesetzt, sodass Ungeimpfte auch mit einem negativen Corona-Test wieder alle Geschäfte des Einzelhandels betreten können. Geklagt hatte die Inhaberin eines Schreibwarengeschäfts im Ortenau-Kreis. Die Frau berief sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, nach dem Schreibwarenläden nicht weniger wichtig als Blumengeschäfte seien, in welchen durch die Einstufung als Läden des täglichen Bedarfs die 3G-Regelung gelte. Die Frau klagte zudem weiter, dass das aktuelle Vorgehen nicht mit den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes vereinbar sei. Im Vergleich zum Saarland, Bayern und Niedersachsen handelt es sich bei der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg um einen Sonderfall. Der dortige Maßnahmenkatalog basiert auf einer Alarmstufenregelung, die an eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz gekoppelt ist. Mit der höchsten Stufe, der Alarmstufe 2 gelten die schärfsten Grundrechtsbeschränkungen. Die Landesregierung hatte die Alarmstufe eingefroren, sodass diese weiter bestand. Wie bereits mit Urteil vom 21. Januar 2022 stellten die Mannheimer Richter mit dem aktuellen Urteil erneut fest, dass das Einfrieren der Alarmstufe 2 für den Einzelhandel rechtswidrig ist. SWR.de berichte hierzu. Zitat Hintergrund ist, dass die Regierung aus Grünen und CDU das reguläre Stufensystem wieder in Kraft setzen muss. Das Einfrieren der Alarmstufe 2 unabhängig von den Inzidenzwerten durch die Landesregierung hatte der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg zuletzt als unrechtmäßig erklärt. Deshalb wurden einzelne Maßnahmen in Hochschulen und im Einzelhandel schon außer Kraft gesetzt. Grund dafür ist, dass die Belastung der Krankenhäuser derzeit unter den Grenzwerten für die Alarmstufe 2 liegt. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und auch laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugov gaben 49 Prozent der Befragten an, sie würden für ihr Bundesland 3G anstatt der 2G-Regelung befürworten, sodass außer Geimpften und Genesenen auch getestete Zugang zu den Geschäften haben, die nicht zum täglichen Bedarf gelten. Rund 38 Prozent lehnten eine solche Entschärfung der Corona-Auflagen ab. Es bleibt also spannend, ob weitere Gerichte die Regelungen kippen, da diese nicht mit dem Grundrecht vereinbar seien. Der Druck durch die Bevölkerung auf den Straßen und der Einzelhändler sowie Verbände nimmt in den letzten Wochen ohne Frage zu. Die thüringische Gesundheitsministerin Heike Werner forderte hingegen im Interview mit dem MDR an der 2G-Regelung im Einzelhandel festzuhalten. Und auch Bund und Länder hielten bei ihren jüngsten Beratungen am vergangenen Montag an den aktuellen Maßnahmen fest. Und was denkt ihr? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020